Wir haben beschlossen, ein Haus zu bauen, tatsächlich. Ja, ja, genau. Da habe ich am Anfang auch gedacht in der Planung. Und dann habe ich festgestellt, ha, teuer. Und dann mussten wir im Laufe der Zeit die Planung immer weiter zurückschrauben. Also wir haben das Haus, das war irgendwann mal ein richtiges, schönes Haus. Und jetzt weiß ich noch nicht so genau, ob wir da horizontal reinpassen. Ich bin, doch, das ist echt, das ist hundeteuer. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, du musst auch weitere Sparmaßnahmen einleiten. Und ich bin tatsächlich gerade mittendrin in der Sache. Es ist wirklich kein Witz. Ich komme tatsächlich vom Dämmen des Daches hierhin, weil ich beschlossen habe, einige Sachen selber zu machen, weil es wirklich einfach arschteuer ist. Und darüber habe ich ein Lied geschrieben. Es ist wirklich 100% autobiografisch. Ich stecke gerade mittendrin. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Lied noch authentisch spielen kann, aber gerade ist es 100% authentisch. Es ist ein Lied geworden über maßlose Selbstüberschätzung. Und es trägt den Titel, den Innenausbau mache ich aber selber. Viel Spaß. Letztens sprach ich wieder mal sehr ernst mit meiner Frau. Die beiden Kinder waren da schon im Bett. Und wir kamen zu dem Schluss, wir sollten lieber bauen, denn die Wohnungsmieten sind zu fett. Wir sprachen dann auch über Finanzierung. Das Thema Eigenleistung stand im Raum. Sie meinte, ich sei nicht sehr versiert und handwerklich begabt wäre ich kaum. Ich gab dann auch schnell unumwunden nach, dass Dach wird nur vom Fachmann eingedeckt. Den Rohbau machen selbstverständlich Profis und auch die Elektrik wird im besten Fall perfekt. Den Innenausbau mache ich aber selber. Das haben die Nachbarn, glaube ich, auch gemacht. Das Teppichmesser leih ich mir bei Feldhoffs. Ach, das wäre doch gelacht. Ja, den Innenausbau mache ich aber selber. Ich habe schon zwei Tutorials geschaut. Ab morgen wird gebaut. Ja, ab morgen wird gebaut. Ab morgen wird gebaut. Der Sven ist doch im Management bei Obi. Du wirst schon sehen, da sparen wir uns reich. Der gibt bestimmt Prozente auf den Boden. Dann bleibt vielleicht noch Kohle für'n Teich. Du meintest zwar, ich hätte zwei linke Hände. Aber hättest du mich damals mal gesehen in der Werken-AG. In der Werken-AG. In der Werken-AG. Ich hatte ne Drei. Plus. Den Innenausbau mache ich aber selber. Das haben die Nachbarn, glaube ich, auch gemacht. Und das Teppichmesser leih ich mir bei Feldhoffs. Ach, das wäre doch gelacht. Ja, den Innenausbau mache ich aber selber. Ich habe schon eine Maske für den Staub. Ab morgen wird gebaut. Ja, ab morgen wird gebaut. Ab morgen wird gebaut. Jetzt säbel ich hier schon seit knapp zwei Stunden. Mit dem Teppichmesser Blechgestänge ab. Auf YouTube habe ich dazu nichts gefunden. Was man ohne Seitenschneider macht. Mit den Wänden bin ich immer noch nicht weiter. Nur während hier die Zeit nur so verrinnt. Und ich verfluche, dass ich damals zu dir meinte. Und das krieg ich schon nach Feierabend hin. Ja, den Innenausbau mache ich aber selber. Das haben die Nachbarn, glaube ich, auch gemacht. Das Teppichmesser, das ich mir bei Feldhoffs. Ach, das wäre doch gelacht. Ja, den Innenausbau mache ich aber selber. Ich habe einen Zollstock mit meinem Namen drauf. Ab morgen wird gebaut. Ja, ab morgen wird gebaut. Ab morgen wird gebaut. Wo ist denn jetzt die Dübelgrößenkennung? Bei solchen Sachen bin ich überfragt. Kommt zuerst die Plane oder Dämmung? Was hat der alte Feldhoff noch gesagt? Und während ich die zweite Wand verspachte. Fällt die erste einfach wieder um. Von der Familie werde ich verachtet. Denn wir haben die Wohnung schon gekündigt. Und den Innenausbau machen jetzt die Feldhoffs. Das wussten, glaube ich, die Nachbarn gleich. Dafür kriegen die bunt bedruckten Zellstoff. Meine Güte, scheiß doch auf den Teich. Ja, den Innenausbau machen jetzt die Feldhoffs. Die haben sogar eine eigene Flex. Und ich gehe jetzt ins Bett. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Und mache dann lieber Kabarett. Ja, wir kommen heute wieder. Gut.